Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen an, denn der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages merkst du er ist hier das Alpha-Tier Und damit herzlich willkommen an allen Chicks und Chicks und Chicks und Chicks und Chicks Draußen ist der Start Du bist das Mikrofon, ist mir wieder Genauso wie mit den kleinen Impy hier mal wieder dabei Und wir dachten, wir starten mal wieder eine kleine Koop-Kampagne Sag mal Hallo Impy Hi Ja, schön Wir hatten gerade ein paar kleine Schwierigkeiten Aber die haben wir jetzt gehoben Wie soll es auch anders sein Bei mir gibt es immer Schwierigkeiten Und wir drücken jetzt einfach mal Also wir haben jetzt Schmuggler-Verstärk Ähm, das ist eine nur Core-Brix-Kampagne-Mission Ähm, auf normal Und wir haben keine Ahnung, was es da geht Ich finde auf jeden Fall das Titelbild schon mal von dieser Mission sehr schön Schmuggler-Verstärk Cargill-Bezirk Kashmir Untersuch einen Schmuggler-Lehring, was? Keine Ahnung In der indischen, pakistanischen Grenzen Ein okay, aber wir schmuggeln sollen Nein, nein, eine 0815-Kampagne-Mission Ach, nein, die Scheiße Bin ich auch kein Fan von Vielleicht weil wir die Personen direkt ansprechen müssen Um das halt zu machen und dann zu sagen Okay, jetzt kommt so eine Zwischensequenz Dann müssten wir Untertitel oder sowas dahin Scheiße, hab ich natürlich das Spezial-Zielfernrohr nicht mehr, das Elite-Zielfernrohr nicht mehr auf der Sniper Scheint frei zu sein alles Was muss ich denn machen? Ah, coole Sache Ich weiß nicht, warum ich dann jetzt mal runter springen drücken soll Das sowieso macht Nein, nein, das ist voll das Reiche Das freut mich für dich Müssen wir die denn fertig machen? Na los Runter Einerseits runter Okay, 1 1, 2, 3 Und hier ist noch jemand Ach, da hinten ist er Kommt gerade zum LKW In der überliegenden Seite von dir war gerade einer zu sehen Direkt hinter dir war einer Hast du gut gemacht Diesmal war es nicht meine Schuld Das will ich einfach mal nur festhalten jetzt Scheiße, hat ein Schutzeschilde Aua, ich bin schon tot Hör auf Kann sein, dass wir verloren haben Imperator E3 ist im Kampf gefallen Oh nein Du hast es verkackt Das will ich nur festhalten Ja gut, man muss ja sagen Das ist schon ein paar Tage nicht mehr gezockt Generell nicht mehr gezockt Und dann Wollen wir jetzt mal ihm verzeihen Nicht, dass unsere 33 Fanboys und Girls sich jetzt massakrieren Ah Gott, warum denn so weit? Ich finde das so geil Dass sie die Stimme von Die deutsche Synchronstimme von Vin Diesel genommen haben Finde ich so geil Eins Zwei Drei Oh, das wäre eine 10 auf der Skala gewesen Von Absolut ultra cool So, denk dran Nach Nachtsicht dann Ist vielleicht ein bisschen besser Ich finde es einfach mal Mit dem Sonnenteil finde ich mal richtig cool So, ich weiß aber nicht wo Ah, als Kommapunkte hier Sind beide bei dir auf der Seite Links neben dir, links neben dir, links neben dir Scheiße, ihr habt die falsche Waffe ausgewählt Fick you Scheiße, der hat immer noch Dinge uns aktiviert Du musst ein bisschen aufpassen Du musst es Ja, ist es mir bewusst, dass du beim Aufstehen brauchen könntest Ja, sorry, da kann ich nicht viel machen jetzt Du musst mal ein bisschen auf deine Umgebung achten, Alter Was ist los mit dir? So, treffen ist immer dicken Versacht, Goldbeeren hier Kronen, 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 Kronen Ich bin total professionell Und essebein Aufnehmen Oh, scheiße Meine Stimme wird sie wahrscheinlich die Zeit ein bisschen beschissen angehört haben Mein Mixer ist gerade voll verstellt gewesen Hoppala Lass Papa mal ran So, drei, zwei, eins So, alles in Deckung Nachtsäger aktiviert Nachtsäger aktiviert Oh Gott, ich bin nicht mehr jau'n Dadurch bemerken sie uns aber auch, das ist dir bewusst Okay, einer konnte es auf dich zu anscheinend So, ich habe zwei Stück direkt vor mir Ich mache ein Ich habe drei Stück direkt vor mir Scheiße, ist gerade aus dem Weg Ich wollte gerade ein Tribble machen Ich habe jetzt drei Stück markiert So, ich kann nur drei Markieren oder was Ich habe jetzt die beiden links genommen, die jetzt ziemlich nebeneinander stehen Warte, ich muss mal eine andere Deckung suchen Sonst kann ich die nicht Naja, ich weiß, ihr habt jetzt gerade bei mir beide Rohs Ich könnte jetzt also Ich mache Scheiße Aber sie wisst jetzt nur von mir Warum kann ich nicht schießen? Hab ihn Alter Schwede, ich konnte gerade die ganze Zeit nicht schießen, Alter Ja, komm, wir mussten jetzt erst mal so ein bisschen Hardcore-mäßig da machen Anders ging es jetzt nicht Ja, es ging jetzt nicht anders So, wir schmeißen mal Vielleicht mal ein bisschen hier in die Ecke rein Na, hier sieht es auch super aus Na, weil man wollte die Sniper nicht mehr ballern, ey Kann ich nie nachvollziehen Du hast die Farmers dabei, wa? Ja, die Farmers ist auch schon nice Ich sehe gar nichts, Alter Alter Da ist noch einer, da ist noch einer, da ist noch einer Ja Den hole ich mir, hole ich mir Dann muss ich warten, wo er hinzieht Dann kann ich ihn ordnen Ich warte, bis er seine Bahn noch mal zieht So, ich glaube, er ist jetzt zweit genug weg Ne, jetzt kommt er wieder zurück Ja, ich glaube, er hat ihn anlocken Vielen Dank Boah, ich hätte er angehört Das hättest du mir mal, hättest du mich mal vorwarten müssen jetzt Ich habe das gesagt, ich glaube, er hat Ne, du kannst, wir könnten ihn anlocken Hast du gesagt Wir könnten ihn, es heißt nicht, wir, ich locke ihn jetzt an In dem Moment Weil der Sniper hat erscheinend noch nichts bemerkt Boah, fuck ey Alter, ey Wir würden da vernünftig schleichen, wenn da 5000 Leute rumlaufen Müssen wir die Panther-Technik einsetzen, wa? Ja, Leute, ich habe hier Zeit mitgebracht Wie kann ich denn überhaupt die Auswechslung nochmal wechseln? Ja, kann ich gegen die Ich habe Brauchgranaten, ich habe ja mit mehr Sachen aus So, diesmal noch nichts machen Ich weiß jetzt, bis der Sniper weggezogen ist Und dann Oh Schnapp ihn mir jetzt Die beste Lösung ist Den kompletten Weg da über die Steine zu nehmen Ansonsten laufen wir durch mitten auf dem Gelände Oh, der Strahl geht so knapp über dich drüber So, ich sehe einen Gegner auf deinem Weg So, es sind Eins, zwei, drei, vier, fünf Leute auf der Brücke Einer voraus Oh, scheiße, der ist direkt neben mir noch Dann nimm du den Kletterweg Ich werde mal hier weiter Boden entlang schleichen Vielleicht habe ich nämlich keine weitere Deckmöglichkeiten hier Außer den ganz da hinten Versuch mal den Typen jetzt gerade am Geländer Geh noch ein bisschen hoch Da ist nämlich gerade einer am Geländer Du den vielleicht Runterziehen kannst Na, ne, kommst wahrscheinlich gar nicht dahin, ne, wa? Warte, da kommt einer direkt bei dir Boah, ist gerade an dir vorbeigelaufen Ich gucke aber, kann ich ihn gleich abmetzeln Vorsicht, der sieht Der könnte dich jetzt sehen, ne Ist einer direkt bei mir Schöneres Ding Der kommt aber nicht näher, der Arsch Jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er So, den hier unten habe ich Warte, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht Scheiße, hat er noch einen Helm aufgehabt, okay, gut Gegner hat ihn ausgescheidet Hat er einen Helm aufgehabt, der Arsch Habe ich noch mal den Helm vom Kopf runtergerissen Scheiße, hast du? Ja Wir sollten eigentlich auch einen gefangen nehmen Sobald ich das mitbekommen habe Hast du beide platziert? Müssen wir jetzt eigentlich hoch oder müssen wir jetzt hier runter? Ja Okay, und wie soll ich das machen? Ich glaube wir müssen auf der Brücke drauf, wie es so aussieht, ha? Ja Wir müssen aber von der Brücke aus da weg gehen, weil ich komme hier nämlich nicht lang Wir müssen von der Brücke aus da weg Nein, du sollst hier hoch, Kollege Du sollst nicht zur Seite, du sollst da hoch, du Affe Nein, aber warte, 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 was kann ich mich nicht wegnehmen Wuii Ah sea um wir haben als Blüter auch so er hat das Wort denken ja das war jetzt ein bisschen besser das war ja billig Animation jetzt das war ja mal richtig schlecht das war ja kriegst du die Tür alleine nicht auf oder was achso ok, ja bist ja ein schwarzer ich finde es auch wenigstens schön dass du da wenigstens ein bisschen Zwischengelaber und sowas hast du wirklich merkst dass das jetzt eine Mission hier wirklich ist weißt du weil ja bei Speck Ops hast du ja nur du dies mach das dann hast du ja auch keine Geräte zwischendurch gehabt sondern ohne ja einfach nur um irgendwas halt zu haben dass da zwei Leute zusammen spielen konnten das fand ich ein bisschen doof so warte mal hier haben wir auch Munition und sowas ne ich hatte noch anderes außer Rauchgranaten ausgerüstet bei meinem Sam Fischer ich bin auf Speed ich weiß nicht wie man das wechseln kann wir fühlen sich das nicht mehr jetzt was machst du denn da jetzt hast du dich komplett neu ausgerüstet oder was ich glaube das geht nur wenn du das mal wärst ich habe das ich habe das nein nein das ist natürlich Hardcore was nimmst du wieso war das doch nicht ich bin schon längst unten das ist so dumm mit der Steuerung ich habe ja warte vom letzten Speicherpunktladen was für ein Bullshit alter nein letzter Speicherpunkt wird geladen Alter hat immer auf so Müll zu labern jetzt hier hier steht letzter Speicherpunktladen der Speicherpunkt wird geladen der Speicherpunkt wird geladen da riecht der Mongo so immer ganz cool jetzt so hast du so ich gehe auf B würde ich sagen oh der Typ hängt direkt da oben aber bei mir ist direkt schon einer der kann mich direkt sehen der muss jetzt so ausschalten wie nie anders es ist ein Sniper auf dem Dach Scheiße Hunde Einer hat mich bemerkt Ja, weil er nicht sterben wollte Scheiß-Ami-Fähigkeiten Jetzt hat mir auch noch der scheiß Kürter hier Ich werde kirre, ey Ich mache gerade alles falsch, was nur falsch geht Ist das der Sniper? Sniper ist down Mein anderer Sniper hat mir auch down gemacht Zwei Sniper sind erledigt Okay, ich bin bei B Ich habe noch einen Gegner hier Schönes Ding Okay, ich nehme jetzt bei B ein Boah, wird es noch bei A oder was für sich? Jetzt mach das endlich, ey Okay, B ist nix Dann gehe ich hier zu A oder was? Vor mir ist einer und neben mir ist einer So was finde ich geil, da muss ich aufteilen und so schön Alter Fick dich jetzt mal, du Affe Ich weiß, was habe ich mit Absicht gemacht Einer müsste direkt bei dir sein Einer habe ich Geht noch eins drüber? Ne Da ist noch einer Boah, habt ihr das gesehen, Leute? Das war reflexartig, Alter Okay, ich gucke nochmal ein bisschen, ob wir hier noch irgendwas versteckt haben Weil das hier noch so ein großer Raum noch extra ist Daten sammeln Erfüllt Gut Hier ist anscheinend nix mehr Warum kann ich jetzt hier so hochklettern? Das macht doch keinen Sinn Ne, aber das ist so ein riesen Raum Hier muss doch irgendwas noch sein, oder nicht? Ich bin da Bin da Nice Ich bin da Ich bin da am Start Nicht mitreißen lassen Tür aufbrechen Tür aufbrechen Warum darf ich dich nicht abweilen, das ist doch voll langweilig Das ist die erste Sniper Das ist die erste Sniper Das war ja wohl klar, dass ich einen Sniper nehme Oh cool Oh cool Aber wie? Aber wie? Lass mich das mal machen, weil das kann ich halt zeigen, das ist ein bisschen Ne, ich spiel mich nicht die Drohne Das hätte ich mich jetzt mal zeigen können, das wäre ganz cool gewesen Na, zu spät Dann werden wir uns um die Action kümmern Ja, wie gesagt, dann ist es schön, das halt mal zu zeigen Nice Der war nice Das war dann schön Der sah ja ganz gut aus jetzt, also Distanz jedenfalls Alter Einhabig Ja, hier sind noch zwei Stück Einen habe ich gerade noch ownen können, es sind jetzt noch zwei Einer noch Erledigt Haben's du? Kommt jetzt raus Vielleicht muss ich jetzt abhauen Ja, ich beeil mich Alter Schwede Wo kommt der denn jetzt her? Verpiss dich Verpiss dich, Alter Draußen hast du nur Explosionen, Alter Ich werde mich mal nicht so offen Ich verstehe es nicht Ich verstehe es nicht Wichser, Alter Mein Gott, hier geht aber gerade Zu, ey Hier auf den Bazar Hier sind noch Gegner Hier sind noch Gegner, hier sind noch Gegner Was ist los? Was ist jetzt los? Ja, machen wir schon mal die Drohne, dann können wir es jetzt mal ein bisschen zeigen Hier Nom, 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 nom Hier sind noch das geht auch ziemlich einfach die leute befinden sich alle in den häusern drinnen da werden keine angezeigt da sehe gut den habe ich auch einer befindet sich jetzt rechts neben dir den habe ich down den habe ich auch down aber wie kann ich denn auf die 30mm kanonen wechseln das scheint ruhig zu sein alles straßen sind weitgehend frei aber ich werde jetzt nicht direkt warte ich habe einen punkt auf meinem dings neben dir den habe ich der war ein bisschen weiter weg von dir ja ich mache erstmal hier alles kaputt was hier so draußen rumfleucht so scheint es erstmal frei zu sein ich habe da zwei ecken wo ich nicht rankomme ok den einen habe ich wie es so aussieht aber den da kriege ich nicht so leicht so ich habe ihn auch ok alle für mich zu erfassenden Zähler sind down super die dinger bringen gar nichts gut hier sind alle drei down jetzt haben wir noch einer ok ist down die 30mm kanone bringt gar nichts so sehe keine mehr baller schon ich bin schon am ballern so bei mir ist nichts mehr am fleuchen und kriechen da hat er wieder ein ziel erfasst den arsch kriecht doch nicht ey da ist nur noch einer auf der straße straße habe ich einer direkt vor dir im haus drinnen ok hab ihn da kommt noch einer straße zwei stück straße einer ist down ok gut jetzt hat er die millimeter kanone bringt ja gar nichts weiter ich kann ja gerade raufrotzen ey ok der straße scheint sicherer zu sein ok letzter gegner ausgeschaltet der liegt ja noch ziehe ich doch jetzt mal hier verrückter mongo siehst du noch was gut gut ja das ist natürlich hardcore also straße straße sind welche genau da und jetzt noch irgendwo vor mir da ist noch einer es ist mitten auf der straße jetzt jetzt ist er mitten auf der straße weiter vor weiter zurück weiter vor ok der ist down alter was soll das denn jetzt hier alter ok i been down ich geh jetzt ins haus rein scheiße köter scheiße köter oh der hund ist gerade vor mir vorbeigerannt oh der hund am jaulen armer köter scheiße wo kommt der denn her alter geh doch in deckung fake you alter verpiss dich du dreck alter was soll denn das hey weißt du ich geh in deckung und dann bewegt er sich hier jetzt mal raus die steuerung ist doch echt langsam zum kotzen darauf erstmal ein paar gummibärchen alter schwör ich dir um 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 ich werde noch fett leute naja wir müssen jetzt nicht komplett alles von vorne machen ey ich krieg aber die kratze ok das müssen wir super gut super schnell spielen noch einer direkt vor mir die sniper sind auch noch irgendwo in der gegend komm ich Heiß! Okay, kann ich hier irgendwie lang? Ne, kann ich nicht. Kann ich die Tür rein? Nein, kann ich auch nicht. Siehst du irgendwas? Du musst schon mit mir reden, Kollege. Ne, ich bin nicht. Aber im Haus kann ich nicht hier so sitzen. Okay, ich bin wieder weg. Ja gut, aber du kannst ja trotzdem sagen, ob du nach roten Punkt oder sowas siehst. Ne, ich bin gar nicht dran. Wollen wir mal, dass die Gegner nicht rot markiert? Ja, manche nicht, aber manche werden halt rot markiert. Dann sind es aber auch im Haus drin, deswegen. Sind die Jungen auf der Straße? Okay, ich bewege mich weiter vor. Ich werde mal hier lang gehen. Wow! Alter! Mit deiner Explosion hat sich gerade mein Nachtsichtgerät verabschiedet, Alter. Ja, ich kann auch da lang gehen. Brauche ich dann nicht mit, noch die Straße rumzulaufen. Hat er den Tag überlegt in der Kette? Ja, halte ich auch. Und ich kann da anscheinend nicht lang. Kann ich denn da hinten lang? Ich habe keinen Bock, mit, noch die Straße rumzulaufen. Ja, der hat gerade so nur mit Katana mal geschafft, als sie einen Test gemacht haben. Der Typ, der, Alter, pass auf, wo du das Ding hinballerst. Mein Nachtsichtgerät hat sich schon wieder verabschiedet. Hat der mal einen Test gemacht, gegen Dr. Catherine Healthsays, äh, Feind. Der wollte dann testen. Und das auch mit einem Jäger, halt, mit einem Panzerjäger-Flugzeug-Ding. Ich höre schon wieder Drecksköter. Zum Glück sind die Köter nicht nervtötend. Okay, ich sprüte durch. Oh, Leike Baus. Es waren noch ein paar Köter gewesen, aber... Der war jetzt ein bisschen, ja... Der war aber nicht so viel mit Schleichen, ey. Der war nicht viel mit Schleichen. Eier, 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 ich weiß noch nicht, dass man echt kriegen wurde, ey. Ungestattete Gegner 0, weißt du? Panzer, Panther, 16, Alter. Gegner ausgewichen, auch 0. Das ist aber ja eigentlich immer auf Panther gespielt, ey. Ja, du hast mir jetzt schon nach, äh, einen Kampf herausgefordert, ne? Also ein, äh, 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 Punktekampf hast du mich schon herausgefordert. Boah, Arsch. 27. Ja, Assault. Assault haben wir. Bei mir war es irgendwie... Versteckte Regeln von 2. Ich hab schon wieder 4 oder 7.000, Alter. Alter, Assault wirklich auf Gold. Ghost gerade so, noch... 152.000. Panther ist in Ordnung. Panther ist in Ordnung. Assault, Alter. Nicht schlecht, ey. Ja, gut, es ging aber, muss man sagen, es ging ja nicht anders jetzt da, ne? Also, das war halt ein bisschen, ähm, hoppala. Äh, ja, gut, ähm, das soll's fürs Erste gewesen sein, würde ich sagen. Sehr, sehr schön. Hat mir Freude gemacht. Ja, das Spiel lässt sich auf jeden Fall empfehlen, wenn wir ein bisschen auf Koop spielen würden und sowas, also wisst ihr alles Bescheid. Ähm, schrottet wie immer alles in die Kommentare, äh, wie eh und je. Okay, ansonsten, ähm, es könnte vielleicht mal sein, dass für ein paar Tage wieder keine Videos kommen, da ich mit meinem Programm ein bisschen mal was machen muss und mit meinem Computer was machen muss. Daher, äh, bitte ich schon mal um Entschuldigung im Voraus. Ansonsten sieht man sich auch nochmal online. Tschüss! Bye, bye. Bye, bye.